Hallo und herzlich willkommen hier bei den Duftrebellen mit mir, dem André und dem lieben Julian. Guten Morgen, André. Gute Nacht, André. Und guten Mittag, André. Tschüss. Julian, es ist wieder soweit. Ja, was denn? Wir bringen heute eine neue Parfüm-News raus, die acht in unserer Reihe. Oh, das ist eine schöne Zahl. Ja, für alle anderen, die die alten Folgen noch nicht gehört und gesehen haben. Noch befinden wir uns im Jahr 2020. Wäre noch eine Gelegenheit, noch mal aufzuholen. Ansonsten beginnen wir mit der heutigen Folge. Und ich bin sehr gehypt, denn es geht heute um ein Parfüm-Haus, das allen unseren Zuhörern und Zuschauern bekannt ist und das wir sehr lieben. Julian, es geht heute um ... Um Zoo-O-O-O-Logist. Oh, nice. Ganz genau. Es geht heute um die Parfüm-Schmiede Zoo-Logist. Und Julian hat uns da sehr schmackhafte und knackige Jus für Anfang des nächsten Jahres gebracht. Was hast du für uns? Ja, Zoo-O-Logist released mal wieder ein neues Tierchen und zwar die Schnee-Eule. Boah. Ja, ich habe schon den Flakot gesehen. Boah, der sieht einfach so schön aus. Oh mein Gott. Das ist wirklich stark, ja. Oh mein Gott, der ist so schön weiß und so schön milchglasig ein bisschen. Und der geht auch sehr in diese Limited Edition von dem Musk-Dier. Vom Flakot her, ist auch der zweite Teil dieser Soft-Mask-Series. Und die Schnee-Eule wird erscheinen wahrscheinlich im Frühling 2021. Ist jetzt nicht mehr so ganz Winterzeit, aber laut Inkredenzien, ja, ist der wirklich perfekt dafür geeignet, so die Zeit zwischen dem Winter und dem Frühling zu zelebrieren. Und zwar ist drin in den Kopfnoten der Schnee-Akkord. Ja, darauf bin ich ganz gespannt, was ein Schnee-Akkord ist. Stell ich mir sehr frisch vor. Ja, wirklich frisch, so hell irgendwie. Genau. Genau, wie wenn du einatmest, wenn gerade sehr viel Schnee überall rumliegt. Wenn dir ein Schneeball ins Gesicht geworfen wird. Ein weißer hoffentlich. So. Und weiterhin in der Kopfnote wird es drin sein, das Maiklöckchen, Minze und Kokosnuss. Boah, das ist eine starke Kombi. Ey, das ist meins. Die haben das für mich gemacht, Julian. Ja, haben die auch. Die Kopfnote haben die nur für mich gemacht. Ja, ja, weißt du auch, wer das gemacht hat, das Parfüm? Jetzt kommt's, erzähl's. Der Dawn Spencer Hurwitz. Du wirst dich jetzt fragen, wer ist dieser Mann? Selbstverständlich. Und ich werde dir die Antwort geben, André. Natürlich. Ich hab keine Ahnung. Ich hab noch nie was von dem Mann gehört. Huh, Gott sei Dank, bin ich nicht der Einzige. Und ich hab mal nachgeguckt. Ich kenne nicht ein einzelnes Parfüm von dem, was er gemacht hat bisher. Und er hat angeblich über 350 Stück schon kreiert. Ich kenne nicht eins. Boah. Also das wird sehr interessant werden, ja. Aber ist ja auch immer so eine große Chance für solche Parfümeure, ja. So in das große Rampenlicht dann irgendwie rein katapultiert zu werden. Ja, das stimmt wirklich. Kann natürlich auch sein, dass jeder ihn kennt, nur ich nicht. Also ich bin da jetzt nicht so das Maß aller Dinge, was das angeht. Aber ich bin ja schon relativ oft unterwegs. Und wie gesagt, ja. Ja, du kommst parfümtechnisch schon eher sehr gut rum. Also das glaube ich auch. Ja, ich krieg's manches mit. Naja, jedenfalls weiter im Text. Herznote, André. Haben wir die Iris. Mhm. Schneeglöckchen. Mhm. Muss ja natürlich mit rein. Schneeglöckchen. Natürlich. Eine weiße Rose, also es wird immer besser irgendwie von dem. Finde ich auch. Also ich bin schon ein bisschen gehypt. Mate ist noch drin, Weihrauch und Galbanum. Also seltsame Kombination irgendwie, alles miteinander. Und in der Basisnote haben wir die Amprettsamen, Zeta, Zivet, Moschus, Eichenmose. Tonka, Bohnen und Vanille. Also klingt alles sehr, sehr hell, sehr weiß. Und muss ja auch so sein, oder? Muss ja so hell und weiß sein. Und vielleicht so ein bisschen gefiederartig. Also so ein bisschen stelle ich mir da so ein bisschen putrig auch vor, auf jeden Fall. Total. Ich muss sagen, ich bin auch absolut gehypt. Also ich habe den Flakon gesehen, ich habe das Bild gesehen. Marketing-technisch ist das jetzt schon eine Bombe. Also das schlägt ein wie nichts anderes. Ist neben dem Makake jetzt eigentlich auch der nächste Luft, den ich mir holen will. Ach was? Ja, wir können den gerne sharen dann. Ja, ich weiß nicht, ob ich den sharen will. Ich will ja den Flakon haben. Ach so. Na gut, dann reden wir später nochmal darüber. Julian, das ist immer das Problem bei uns beiden. Ja. Wir wollen immer die Flakons haben bei Zoologist. Doch, wirklich. Die Schneeule, meiner Meinung nach, marketingtechnisch absolut brillant. Superschönes Design mit dieser Eule, die da in diesem Eskimo-Gewand drinnen steckt. In dieser Schneelandschaft. Und auch dieses Bläuliche in dem Flakon selbst. Sehr schön gehalten. Unglaublich gut. Und wie du sagtest, es passt so gut zu dieser Jahreszeit, die nach dem Neujahr bevorsteht. Wahnsinn. Ja. Sehr schön. Da hat Zoologist wieder alles richtig gemacht. Da bin ich schon sehr gehypt. Ich auch auf jeden Fall. So, André. Ja. Was Zoologist möglicherweise nicht ganz so richtig gemacht hat oder machen wird oder vorhat zu machen, ist etwas anderes. Oh ja. Julian, wir kommen zu einem Thema, das vielleicht nicht ganz so schön ist wie das mit der Eule. Ja, ja, weil die Eule ist ja auch eingepackt. Es ist ja auch kalt. Aber in was wird sie jetzt eingepackt? Das ist die große Frage. Und wir gehen stark davon aus, dass die Eule demselben Schicksal erlegen wird, welches mittlerweile auch drei anderen Zoologist-Düften bevorsteht. Denn Zoologist Perfumes hat am 10. November etwas veröffentlicht. Tatsächlich haben sie schon vorher einige Veröffentlichungen gemacht, gerade auf Instagram und auch auf Facebook, wo sie gepostet haben, dass drei Düfte bald einem neuen Verpackungsdesign unterzogen werden. Unter anderem der Dodo, der Rhinozeros und das Maskedir, also das Moschustier, werden im Jahre 2021, also in bald, in baldiger Kürze, werden die neue Verpackungen haben, neues Design. Das schöne, ledrige Schwarze mit diesem goldenen Schriftzug wird einem weißen Verpackungsdesign mit schwarzem Schriftzug weichen. Das bedeutet, dieses Forscherhafte, das wir damals hatten, dieses Zoologistische, wird dann eher durch etwas sehr Cleanes, etwas sehr Weißes ersetzt. Ja, also finde ich sehr schade, weil, wie du ja sagst, dieses Zoologistische, dieses Entdeckermäßige, als man im 19. Jahrhundert, 18. Jahrhundert so die Tierwelt erforscht hat, das passt einfach nicht mehr dazu, diese neue Verpackung. Genau. Das sehe ich genauso wie du und das sehen auch sehr viele andere, die bereits ein bisschen Bedenken geäußert haben, denn nach und nach soll das vermutlich allen Düften bevorstehen. Deswegen hier vielleicht ein kleiner Hinweis an alle Zoologistliebhaber. Man kann natürlich jetzt auch ein bisschen böse sein und sagen, das ist ein sehr gutes Marketinginstrument, um zu sagen, wir möchten die alten Sachen sehr gut abverkaufen, also bringen wir was Neues raus, um die alten Sachen ein bisschen rarer zu gestalten und auszudünnen. Aber es funktioniert, denn selbst ich bin jetzt dazu geneigt zu sagen, der Makake, den möchte ich mir unbedingt nochmal in dem alten Verpackungsdesign holen. Und ich hätte auch gerne die Schneeäule in dem alten Verpackungsdesign, allerdings glaube ich, wird es hier bereits zu spät sein. Ich glaube, die wird bereits in den neuen Verpackungsdesign kommen. Ja, ja. Denn man muss sich das so vorstellen, um das vielleicht mal kurz einzuwerfen, früher waren die Boxen, Julia, beschreib mal, wie waren denn die alten Zoologistboxen aufgebaut? Ja, die waren so aufgebaut wie ein Buch eigentlich. Also die haben so ein Magnet in diesem oberen Cover sozusagen und das konntest du dann halt mit dem anderen Magnet zuklappen. So hat das dann zugehalten. Also wie gesagt, das konntest du wie ein Buch aufklappen und innen drin war dann so ein Etikett, auf dem die Story draufstand, die Inkredenzien und daneben eben der Duft. Der hat einfach so, der war eingefasst in diese, was ist das, Styropor, Styropor-artige Einfassung. Diese Halterung der Socke, genau. Ja, diese Haltung, ja genau. Exakt. Ja, und wie gesagt, es war eben schwarz, so ein bisschen ledrig ist diese Verpackung aufgebaut und das neue Design erinnert mich eben an Bufford-Düfte, die haben auch so einen Sleeve und man kann das eben einfach abnehmen, dann diese Verpackung von oben, wie so ein Deckel kann man die einfach abnehmen. Das sind so die markantesten Neuigkeiten, nämlich statt einer Folie, das, glaube ich, hat Söder Gist auch angesprochen, dass sie eben die Folie weglassen wollen, tun ja mittlerweile sehr viele Unternehmen, was ich auch in Ordnung finde. Statt der Folie gibt es jetzt eben so ein Sleeve. Der Sleeve ist ja noch nicht so das Allerschlimmste, das könnte man ja noch abmachen, wenn es als Umverpackung gewertet wird. Das Sleeve ist auch nicht unschön, muss man sagen. Allerdings versteckt sich jetzt unter dem Sleeve eben eine Art, wie wurde es hier genannt, ich zeige es mal kurz, eine Art Top-Lit-Design. Das bedeutet, die Packung wird von oben eben abgezogen, statt eben wie bei den alten Zoologist-Verpackungen, wie ein Buch schön geöffnet. Das ist so der zweite Punkt, der jetzt meiner Meinung nach auch nicht so schön ist. Ist möglicherweise auch Geschmackssache, muss man sich vielleicht dran gewöhnen. Neu heißt nicht immer schlechter, aber dieses alte, buchartige Design, das hat schon sehr viel Stil. Genau, und das wird ja auch in meiner Sammlung jetzt ein bisschen verzerren. Genau. Ich habe noch das alte Design, habe ich fast alle, also mir fehlen noch, weiß ich nicht, so fünf, sechs Stück oder so. Dann habe ich eigentlich alle und ich will jetzt nicht auf Teufel komm raus alle kaufen wollen, noch bevor die neue Verpackung da. Ja, das wird zu teuer, das wird ein bisschen zu teuer. Ich glaube, dieses Problem haben wir alle aktuell. Ein weiteres Problem leider, oder was heißt Problem, etwas weiteres, was mich ein bisschen schockiert hat oder was ich es schade fand. Meine heiß geliebten Travel Sprays. Oh, ja, stimmt. Ja, die werden jetzt mittlerweile auch einem neuen Wandel unterzogen, denn die werden ebenfalls upgrade-ed, wie Zoologist es selber, antitelt. Und die kommen bald in robusteren Glasflaschen, besseren Sprühern, was natürlich sehr schön ist. Aber auch hier kommen mit einem neuen Draw-Style, mit einer neuen Draw-Style-Storage-Box. Das bedeutet auch hier, das wird wie ein Sleeve abgezogen und dann hast du eben eine Art Karton mit einem Sockel und dem Travel Spray darin. Davor gab es dann noch diese, du hattest das damals so schön beschrieben, diese Papyrus-Rollen-artigen Packungen in schwarz. Genau, die sehr schön designt und sehr stilvoll waren, von denen ich ja dank dir auch noch zwei Stück besitze. Wo ich mir auch so ein bisschen als Markenzeichen mir auf die Fahne geschrieben habe, ich möchte irgendwann mal alle besitzen in diesem alten Style. Auch das ist jetzt bald wahrscheinlich nicht mehr ganz so leicht möglich. Sehr schade, da muss ich jetzt ein bisschen eifriger hinterher. Aber über bessere Sprayer und über stärkere Glasflaschen, glaube ich, freuen wir uns alle. Nicht, dass es da früher schon bei mir irgendwie Qualitätsmängel gegeben hat, aber kann nicht schaden. Ja, kann nicht schaden, aber die Optik spielt halt auch mit und die leider nicht so. Ja, ist bei den alten meiner Meinung nach besser gewesen. Ist bei den neuen nicht schlecht, aber da ist vielleicht alt wirklich irgendwo besser. Bei uns beiden auf jeden Fall, André. Und ich glaube, das war es dann auch schon, oder? Tatsächlich. Mit den achten Parfüm-News. Genau. Heute mal ein kleines Zoologist-Special, was uns sehr gefallen hat. Wir lieben dieses Dufthaus, wir lieben diese Parfümschmiede und wir sind gespannt auf alles, was da noch kommen mag. Und ich denke, ich werde zumindest jetzt bald nochmal ordentlich in die Tasche greifen und mich mit ein bisschen mehr Zoologist, mit mehr zoologistischen Dingen eindecken, um es mal so zu schreiben. Genau, du wirst die Tierchen mal besser erforschen. Ganz genau. Wunderbar. In dem Sinne. Ja, dann wünsche ich euch eine schöne gute Nacht, schönen guten Morgen und einen schönen Mittag. Und du, André, wahrscheinlich auch. Das wünsche ich euch natürlich ebenso. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.